Guten Morgen, liebe Messeteilnehmer der BAM in Ludwigsburg. Auch heute haben wir wieder eine Plexiglaswand zwischen uns stehen, damit wir uns Corona-Konfort unterhalten können. Ich möchte euch kurz vorstellen, die Frau Godel, sie ist unsere Englischlehrerin und Fachschaftsverantwortliche und meine Person, ich bin die Frau Domaschke und ich bin die Schulleiterin. Wir möchten heute Informationen weitergeben über unsere Auslandspraktika. Und insofern hätte ich gleich die erste Frage, welchen Hintergrund haben denn diese Auslandspraktika für die Schüler? Also wir führen die Auslandspraktika durch mit dem Erasmus-Plus-Programm der Europäischen Union. Dieses Programm gibt es seit mehr als 20 Jahren und es hat zum Ziel die Förderung der beruflichen Bildung in Europa, der jungen Menschen. In welche Länder könnten oder fahren denn unsere Schüler? Wir führen die Praktika in Irland durch und in Spanien. In Irland fahren wir nach Karlau, das ist ungefähr 70 Kilometer südlich von Dublin und in Spanien fahren wir nach Valencia. Welche Kosten fallen denn, das interessiert die Schüler ja sicherlich auch, welche Kosten fallen denn dann für die Teilnehmer an? Die EU, das Erasmus-Plus-Programm fördert diese Auslandsaufenthalte und die Förderung für Irland beträgt in der Regel ca. 1000 Euro für zwei Wochen und in Spanien ca. 700 bis 1.000 bis 1.000 Euro für drei Wochen. Das heißt, es fallen in der Regel Reisekosten und Taschengeld an für die Teilnehmenden. Und welche Vorteile bringt eine solche Reise für die Schüler? Ja, also abgesehen davon, dass es natürlich sehr viel Spaß macht, ins Ausland zu fahren, haben die teilnehmenden Schülerinnen natürlich die Vorteile, dass sie ihre Sprachkenntnisse anwenden können, dass sie Land und Leute kennenlernen, sie können zum anderen auch natürlich erste berufliche Erfahrungen sammeln im Ausland und insgesamt einfach Selbstständigkeit und Selbstsicherheit gewinnen durch diese Praktika. Zwei Fragen, die die Schüler sicher auch ganz doll interessieren. Wie lange dauert ein solches Praktikum und wo sind die Teilnehmer untergebracht? In Irland dauert das Praktikum zwei Wochen. Die Schülerinnen und Schüler sind während dieser Zeit in Gastfamilien untergebracht, die sorgfältig von unserer Organisation vor Ort ausgewählt sind. In der Regel hat eine Gastfamilie auch mehrere Gäste in dem Zeitraum, sodass dort auch ganz unterschiedliche kulturelle Kontakte möglich sind zu den jungen Leuten aus anderen Ländern. In Spanien sind die Schülerinnen und Schüler in der Regel für drei Wochen, weil dort ein Sprachkurs vorgeschaltet wird vor dem beruflichen Einsatz. Aber auch dort sind die Schülerinnen und Schüler in Gastfamilien untergebracht, die nach den gleichen Kriterien wie in Irland auch ausgewählt werden. Viele fragen sich dann, bekomme ich etwas für meine Arbeit im Praktikum? Das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Es ist aber so, dass diese Praktika ja in aller Regel die ersten beruflichen Erfahrungen für unsere Schülerinnen und Schüler sind. Das heißt, sie bringen keine berufliche Erfahrung und auch keine speziellen Kenntnisse jetzt mit für diese Praktika. Und aus diesem Grund sind diese Praktika unentgeltlich. Sie ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern ein erstes Reinkommen in die berufliche Welt. Erstes rein schluppern in die berufliche Welt. Und wie gesagt, aus dem Grund findet da keine Bezahlung statt. Arbeiten ist der eine Teil des Ganzen. Wie sieht es dann mit der Freizeitgestaltung aus? Ganz wichtiger Punkt. Genau. Die Praktika bzw. so ein Arbeitstag in unseren Praktika entspricht den ganz normalen Arbeitsstunden- Regelungen in den Ländern vor Ort. In der Regel zwischen 8 oder 9 Uhr bis 16 oder 17 Uhr, je nachdem. und natürlich nach Arbeitsende haben die Teilnehmenden natürlich Zeit zur freien Verfügung. Das heißt, sie können vor Ort sich mit den Freundinnen oder Freunden treffen, mit Kontakte knüpfen mit Jugendlichen vor Ort, wie sie das gerne möchten. In der Regel finden auch einmal pro Woche kulturelle Veranstaltungen statt, mit den Organisationen oder von den Organisationen organisiert. Und am Wochenende wird in der Regel ein Ausflug in die nähere Umgebung organisiert. Was ist, wenn Probleme auftreten während des Praktikums? An wen können sich dann die Schüler wenden? Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben ja diese Praktika organisiert mit Gruppen und mit Organisationen vor Ort. Und jede Organisation, sowohl in Irland als auch in Spanien, hat Mitarbeiter, die 24 Stunden jeden Tag zu kontaktieren sind. Außerdem fahren natürlich auch in beide Zielländer Lehrkräfte mit, die auch 24 Stunden Support leisten können, sollte dies notwendig sein. Wie kommt man denn an eine solche Reise? Das heißt, welche Voraussetzungen brauche ich, beziehungsweise wie erfolgt die Auswahl? Ja, dadurch, dass die Reisen ja zum allergrößten Teil durch das Erasmus Plus Programm finanziert werden, sind natürlich auch bestimmte Voraussetzungen an die Teilnahme gebunden. Zum einen ist es natürlich so, dass Schülerinnen und Schüler ungefähr 17 Jahre alt sein sollten, um daran teilnehmen zu können und die Sprache gut, bis einigermaßen gut sprechen könnten in Irland. Natürlich sind gute Englischkenntnisse Voraussetzungen, in Spanien sind Anfängerkenntnisse des spanischen Voraussetzungen. Dann ist es so, dass die Interessierten einen Auswahlprozess durchlaufen müssen. In diesem Auswahlprozess kommt es hauptsächlich darauf an, dass die Motivation deutlich dargestellt werden kann. Das heißt, dass die Teilnehmerinnen deutlich machen können, warum sie das gerne machen möchten. Zum zweiten ist natürlich auch wichtig, dass eine bestimmte Leistungsbereitschaft und Disziplin auch dahintersteht. Was nicht so wichtig ist, sind die Schulnoten. Das Erasmus Plus Programm und wir als Schule, als durchführende Schule, legen natürlich auch besonderen Wert darauf, auch schwächere Schülerinnen und Schüler zu fördern. Aber insgesamt sollte natürlich die Freude und Offenheit am Kontakt mit fremden Kulturen, mit anderen Menschen aus anderen Ländern ein ganz großes Interesse für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein. Vielen Dank für deine sehr interessanten Informationen. Und ich wünsche allen Teilnehmern auf der Messe noch einen guten Tag und vielleicht auch gute Gespräche. Wir sind auch heute nochmal auf unserem Schulhof zu finden für eine Beratung, wer das gerne in Anspruch nehmen möchte. Und ansonsten einen schönen Tag allen. Auf Wiedersehen! Wiedersehen.